Hey Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Brava Quadro mit dem lieben Anfänger Hi und jetzt joinen wir in 3,2,1, go Go, go, go Oh, I'm gonna try to restart your game Nice Geil, jetzt bin ich drin an Okay Leute, wir sehen uns am kurzen Kart wieder Ich muss mein Game in euch Okay Leute Wir sind schon mal da Das ist jetzt ein bisschen problematisch, dass das so passiert ist Aber wir können da nichts dagegen tun Deswegen mach ich mal kurz noch einen Ofen Ne mach ich nicht, weil wir jetzt sowieso drauf gehen werden Ne mach ich nicht Ich mach keinen Ofen Ich mach das aus dem Ofen, bis du kommst Ach man, oh, meine Kraft Wieso tust du mir das? Wieso tust du mir das? Ich hab keinen Bock dazu lang zu warten Wir brauchen auch noch neue Diamanten Was ist Diamanten? Gold Ne, was ist Gold? Apfel Äpfel, nicht Gold Na komm, mein Glück Da sind 10 Eisen drin Ja, der Typ ist drin So Leute, da sind wir wieder Gab gerade kleine Schwierigkeiten mit meinem Minecraft Ich mach mir nochmal 2 Eisenschwerter Damit ich das in der Hinterhand habe Zack, zack Und das werde ich jetzt, glaube ich Zubauen Damit mir jetzt keiner findet Oh Ich wollte gerade noch was reinwerfen Okay Ich nehm mal schon das mit Und, äh, ja Dann warten wir noch ein bisschen Ne, warten wir nicht Wir bauen das jetzt ab Äh, Alter Ist egal Ne, ist egal Warte mal Ich baue mich schon mal ein bisschen nach oben Mach das mal Alter, dass wir jetzt schon vor dir sind Wenn jetzt irgendwer zu uns kommt Er ist tot Ich glaube, da waren wir schon mal Waren wir das oder waren wir das nicht? Ich glaube, das waren wir nicht Das waren wir nicht Ne, das haben wir nicht gesteckt Ne, das haben wir nicht gesteckt Äh, hier ist jemand Hier ist noch eine Fackel da Waren wir nicht 100% Nein In dieser Schlucht waren wir definitiv nicht Weil wir haben da hinten auch nicht die Wasser zugebaut Wir haben nie Wasser zugebaut Da hinten ist ein Spinner Äh, Spinnern, umgenutzt zu sein Alter, jetzt kann uns gar nichts mehr anhaben, Alter Außer Lava Außer Lava Warte mal, äh Komm, komm mit Gehen wir hier hoch Wollen wir eventuell mal jetzt die Staff mitnehmen? Äh, ja Wäre auch ne gute Wenn jetzt hier irgendwer joint Wenn jetzt hier irgendwer joint Auf einmal hier ist, wo wir sind Insta-Sneak, Alter Insta-Sneak Wenn, der, und wenn wir den sehen Wenn der einfach vor uns spawnt Insta-Angriff Insta Insta, Insta Instagram, oder? Okay Ich take jetzt einfach mal hier die ganze Achso, ja, vielleicht sollte ich dir das nicht zubauen Wurde dann, hä? In den Ausgang zugebaut Ne, war nicht da Hä? Hi Da gehst runter Was? Komm mit Da gehst runter Äh Das ist unser Ja, ja, aber schon Ich hab mich aber da nicht hochgebaut Das war schon da Okay, dann lass uns nach hinten gehen Ja, einfach weg hier Ich hab grad gar keinen Bock Auf einmal kommt jemand mit Full Dia an Ja, wir haben den Bogen Ja, das stimmt Da hast du recht Also Hallo Wer spricht da? Hallo Hallo Welche Zonbi hat mit mir gesprochen? Leider Äh Irgendwie will ich hier nicht Ich will hier rein Aber irgendwie auch nicht Ich hab keinen Bock Das Dann lass uns Ich hab keinen Bock Hier unten die Files zu machen Komm Weißt du was mir gerade mal auffällt? Ich hab gar keine Keinen Müll mehr Ich hab gar keine Ja, ja, ich geb dir schon mal Gravel hier Das bleibt hier oben Danke Danke Du musst nur aufpassen Nicht wegbauen mit Gravel Du kommst nicht weiter drauf Ähm, links hinbauen Einmal links Und dann einmal wieder rechts Und du verstehst, was ich meine Damit wir nicht von Lava Von Lava Du sollst nach rechts gehen Ich gehe nach links Und nach rechts Damit wir nicht von irgendwas Erdrückt werden Verstehst Weil das wär nicht cool So, jetzt sag ich Weil ich will nicht Von irgendwas erdrückt werden Ich hab ne Schaufel Ja, das stimmt Aber ich würde dann So auslassen Und dann vergess Die Schaufel zu benutzen Okay, sowas besitze ich nicht Was für eine Schaukel Schaukel, ja? Schaukel I'm real I'm the real Schaukel I'm the real Schaukel I'm the real Schaukel, genau Alter, das war knapp Was war knapp? Hier ist etwas runtergefallen Okay Ich hab doch ne Schaufel So, das ist nicht Okay, gut Ich baue das super zu Okay Ui, Zombie Wir müssen nur 0 Also in der Nähe von nur 0 Wir müssen Ah, wir sind Ne, wir müssen nicht nur 0 Wir sind so weit entfernt Von der Border Wir sind bei 600 Und das sind die 2000 Oder so Lass uns mal hier einfach Ein bisschen Bäume fällen, ja Ja, Bäumchens machen Nicht machen Fehlen Achso Ne, warte Ich nehm, glaube ich Keine Birke mit Oder was Sagst du? Da ist, da ist ein Typ Oh Gott Wenn du Chicken siehst Töten Ich sehe Häschen Das ist auch Chicken Das ist was anderes Warte Achso Den kannst du auch töten Für Schleif Für Fleisch Können tue ich das tun Können tue ich das tun Aber sie sind so niedlich Sie sind so niedlich Aber wenn wir sterben Ist das nicht mehr so niedlich Bin ich nicht mehr so niedlich Oh mein Gott Killerhäschen Wirklich Das schauen einfach in Mann Textur-Packs so aus Als hätten die rote Augen Warst du das? Ja Das ist ja keiner Auf dem Server Das ist doch keiner Andere aus dem Wie uns Auf dem Server Das ergibt sie Haben doch alle heute schon aufgenommen Muss nicht sein Auf einmal kommt Greedy Und da schneiden sie uns Das wäre komisch Weil wir sind voll hier Und das ist nicht so jetzt Ich weiß nicht Ob wir die Ersten sind Sind wir eigentlich die Ersten? Ich freu mich dafür Ob wir die Ersten sind Die einfach ganz voll hier sind Die Frage ist zu bezweifeln Wir sind nicht zu bezweifeln Wir sind glaube ich nicht die Einzigen Lacki Aber Wie einfach letzte Folge Richtig Ich sage einfach nur Diamanten Dias 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 Gut dass du in dir einmal gefunden hast Du hast dich so totgelacht Wo du den Diamanten gekriegt hast Und dann Wo haben wir denn wirklich Und dann löst du das in Wirklichkeit alles auf Das Schicksal hattest du geplant Ja ich glaube schon Schicksal Das gibt es nicht mehr Hat gesprochen Können hier mal Äpfel droppen Wir haben bis jetzt nur ein Apfel gedroppt Bekommen Ich habe bisher noch gar keinen Sobald ich das sehe Nein noch gar keinen Oh doch den ist ein Apfel Oh ich habe Apfel Da ist ein Chicken Das sind sogar zwei Chickens Apfel ist immer gut Apfel ist Da ist ein Apfel gejobbt Ja Noch ein Apfel Äh kommst du mit Oder warten wir ja noch Ähm ne musst du nicht mitkommen Bleib einfach hier Bau weiter ab Und ich hole mir die Ähm hühner 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 Ah zwei Äpfel Drei Äpfel Äh Federn Ich habe zwölf Federn Und ich habe sieben Äh wir können uns noch mehr Pfeiler machen Ich glaube das ist unser nächstes Nice Sehen wir erst nicht das machen Die Leute sind ja schon im Nerda gewesen oder nicht Nein er ist dadurch auch gesch- Was war mit- Die Leute waren ja schon im Nerda Und einer ist ja auch schon gestorben Weil der Nerda gegangen ist Weil jemand auf ihn gewartet hat irgendwie Er ist halt sniping ne Er hat halt nicht gesniped Nein Läuft bei ihm Der war dann einfach da Tja ich sag dazu nur eins Fade Der ist einfach in den Nerda Portal gegangen 100 Blöcke entfernt War auf einmal ein Gegner Also das war nice für ihn Ich habe vier Äpfel Wie fährst du? Warte Äh vier Ähm Wie Wie lang haben wir noch Wir haben noch Äh um die sechs Minuten Glaube ich Ich hab fünf Warte Splash Äh hinter dir Pass auf Nehm die Nehm die Links Nicht mit dem Schwert Oh hey hey Wieso nicht Weil Du das vielleicht noch Updraint wirst Jo Kostet mich noch ein paar XP mehr Das ist nicht gut XP sind kostbar Äh ich Ich mach mal kurz noch etwas Für uns Das sind Pfeile Wir brauchen Sticks Wann passt Ja Sticks war ein paar gefragt Ich glaub wir haben Ähm zack 7 Flint Plus noch Den anderen 14 Stück Das war anders So wir haben Ich hab 52 52 Pfeile Also wie viel hast du Pfeile insgesamt Warte Äh Anfein 28 28 25 35 Hier ich geb dir mal die 12 Pfeile her Dann haben wir alle beide 40 Pfeile Kommen hier Also wir sind gut gewappnet Wir haben Schaden ist 3 Schwert Was schon mal ganz gut ist Wir haben Power 1 Bogen Okay der ist nicht mehr so gut Aber Wir können uns damit verteidigen Jedenfalls von beiden Und wir gehen mal jetzt in Keine Hülle Keine Hülle rein Äh son Ja wir gehen schon in Deine Hülle rein Aber nicht in den Öffene Hülle Sondern wir bauen uns Ne Hülle Oh der ist ein Apfel Jetzt schon Ja komm Machen Machen Tun tut tut Da Wir gehen jetzt runter Weil wir müssen noch was schmelzen Da ist Gravel Aber was ist wenn ich jetzt noch ein Apfel dropp Dann droppt halt ein Apfel Aber nichts aber Du bleibst draußen Und ich Ich platte die ganzen Sachen Ist das jetzt okay Ja das ist okay Oh der ist noch ein Apfel Okay Ich habe 6 Apfel Kannst du mir mal kurz die Öfen geben Und das ganze Gold Aber natürlich Du kriegst sogar noch die Apfel von hier So da ist das Gold Da 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 Kannst du alles braken Oh mein Gott Wirst du mir noch mehr geben So okay Das passt Ja habe ich nicht Dann gehe ich hier mal runter Ja habe ich nicht Gut und du baust dann zu Weil du bist ja später reingekommen Okay Wir brauchen ganz viele Goldäpfel Zick 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 Ob das Gold überbreitet Ich mach mal jetzt schon mal Die ganzen Goldäpfel Wir haben 7 Stück Ich gebe mal Die ja wehverfest haben Warte Ich mache Ich nun das mal kurz So So Ich gebe mir die Hälfte Ich glaube Kohle Kannst du mir bitte Kohle geben Ich gebe dir gleich die Hälfte Ich gebe dir gleich die Hälfte Ich will sie nur Ganz Dass sie ganz ist Die Kohle ist ganz Aber Dass sie ganz ist Verstehst was du Was ich meine Wenn du verstehst Was ich meine Ich verstehe doch immer Was du meinst Okay So Dann mache ich dir noch einen Apfel So Jetzt habe ich vier Äpfel Jetzt habe ich vier Äpfel Und du hast vier Äpfel Wo bist du? Da ist ein Apfel Hinter dir Ja wir haben schon Goldäpfel Alter wir sind so gut Equiped Das ist krass Das ist krass Takeshi ist krass Und das nur weil wir dich Lucky Dup dabei haben Dup 1,55 1,55 Habe ich ja richtig War ich richtig Du hast noch 1,50 Ich habe jetzt noch 2 Eier 38 39 Da ist noch ein bisschen Dirt Äh ja Was können wir noch machen Äh warte Was ist wichtig Was wir aufstellen sollen Nichts Nichts ist wichtig Was wir aufstellen sollten Also hast du noch eventuell Ein bisschen Dirt Ja ich habe Dirt Äh 31 Genau so Wieso fragst du? Weil ich noch Brauche Dirt zum zum Ja Gib bitte gleich Verrückt Ich Das geht schon Das geht sich schon aus Mal einmal ganz kurz Hier über unser Farmgebiet Ob hier eventuell Irgendwo ein Äpfelchen ist Also ich gebe dir noch mal Einen Apfel ab Oh Jetzt hast du das letzte Auf meinem Farm Ja ich habe Okay hier Durch das Dirt Ich äh Gehe Ich brate noch mal Das Rot Chicken Hast du noch irgendwas Zum Braten übrig? Brauche ich hier noch zu Äh Zum Braten Ne Leider nicht So Weil wir brauchen auf jeden Fall Dann wieder Fleisch Ich mache weil es schön ist So ich brauche da jetzt aber noch mal zu Einfach so eine Sicherheit Warte geh weg Das muss schön sein Das muss schön sein So dann machen wir hier so Ganz kleine Kammer hin Damit es noch schöner ist Da auch noch Ein kleines Kämmerchen Damit wir uns da hinstellen können Geh doch hin Ich bin hier schon da Du darfst jetzt aber noch eine Minute Du hast mein Das ist dein Gold Ja irgendwie sowas Da warte ich mal kurz Wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder Bis gleich Yes Full Tier Alter Plus noch viele Goldäpfel Hätte ich nie erwartet Muss man sagen Hätte glaube ich keiner erwartet Ich glaube dass hat wirklich keiner erwartet Hier warte ich nicht Ich habe noch so viele Bauen Oh das ist ausgegangen So Leute es ist gleich vollbracht Es ist vollbracht Oh ich habe da draußen was laufen hören Ein Schaf Ja glaube ich auch Es wird auch ein Schaf sein So ich bin auch raus Okay So Leute das war es mit dieser Folge Ich habe es gefallen Wenn du hast du gerne Downloaden da Vergiss nicht zu abonnieren Die Glocke zu abonnieren Und vergiss nicht mit den anderen Teilnehmern vorbeizuschauen Und auf jeden Fall Vergiss nicht bei ihm vorbeizuschauen Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder Bis bald Leute Ciao Ciao